Wir machen heute bei Rust. Wie gesagt, wir müssen bei Rust komplett von vorne anfangen. Wir haben uns auch einen neuen Punkt gesucht, wo wir uns aufbauen werden. Nicht so weit ab von Schuss, nicht so groß wieder, aber dezent geil. Müssen wir dann auch noch mal quatschen wegen Regeln und so weiter. Wo ist jetzt PvP-Zone und so weiter und so weiter. Das muss ich dann auch im Rust-Server kommunizieren, beziehungsweise im Discord-Channel für Rust. Bei mir auf dem Discord muss natürlich alles kommuniziert werden, wo was dann genau effektiv eine PvP-Zone sein wird. Weil ihr wollt ja PvP auch haben. Und ja. So. Und wir schauen mal, ob das jetzt funktioniert mit der nächsten Szene. Ob da der Greenscreen auch passt. Ja, wunderbar. Funktioniert alles. Mino, komm hierher, wo bist du? Einwandfrei. Nein, ich spiel jetzt ohne Dichtum. So. Ich möchte dir was geben. Du kannst mir nichts geben, was ich haben wollte. Was ein Pferd tut. Ja, wie ihr seht, wir müssen komplett von vorne anfangen. Komplett von vorne. Ist ein bisschen nervig. Ihr müsst es auch machen. Ich würde euch, ich würde sagen, ich habe das auch schon in den Discord-Channel geschrieben, in den Rust-Channel. Das, wenn ihr gar keine Lust habt, das komplett von vorne anfangen, weil wir haben das ja verkackt, beziehungsweise ich, dass ihr dann die Startressourcen von uns bekommt. Gut, Startressourcen, dass ihr nicht wieder alles von vorne farmen müsst. Oder gewisse Werkzeuge oder sowas. Ja, so in die Richtung. Physik, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ist klar bei dir? Ich finde auch meinen aktuellen Stream-Titel ziemlich gut, muss ich sagen. Immer dieses Selbstloop. Ja. Mino, wo bist du? Mino ist, achso. Was macht ihr gerade? Äh, rumlaufen. Ah, okay. Wir haben eben Ostereier gesammelt. Dreh dich um. Ja, was war denn das für ein Soundcard? War das ingame? Ja, das war Ostereier. Aha. Oh, lol. Das war in den Ostereiern drin. What? Man kann die aufmachen. So. Nee, ich nicht. Ich hab ein Bronze-Ei. Achso, ja, das kann ich auch machen. Crack open. So. Achso, ich müsste eigentlich eine Anmod machen für YouTube, ne? Hassschaftszeiten. Ja, gut, ist egal. Richtig scheiße. Nacken komplett verspannt. Was hast du wieder gemacht, Physik? Wie du wieder zu viele Dating-Sims gespielt, ne? Ich weiß doch, was du machst. Mino, guck mich an. Warte. Isst du gerade die Eier? So. Nee. Nee. Warum machst du eine Waffe? Warum machst du schon eine Shotgun? Die war in dem Bronze-Ei war ein Silber-Ei, in dem Silber-Ei war eine Waffe. Ja, und in dem Silber-Ei waren bei mir diese beiden Anzüge. Ja, ich muss zeigen. Fuck, was habt ihr da? Fluffy, schön, dass du wieder reinschaust. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Das freut mich, dass du wieder da bist. Ja, der Start war sacknervig. Dass wir es mir von vorne anfangen müssen. Hat jemand was zu essen? Ich habe gerade selber meine letzte Beere gegessen. Ja, warte, warte. Wie kann ich dir was geben? Einfach auf den Boden ziehen. Das ist schnell. Ich habe noch 30 Kunden. Da. Wo ist es hin? Ich sehe es nicht mehr. Ich sehe auch... Ah. Sag mal. Hast du es? Ja. Kein Thema, Mann. Entschuldigung. Danke. Nichts. Ich sehe zwar nicht mehr, wo das Kreuz ist, aber ist egal. Auch ganz gut. Wie geht es dir so? Ja, bis jetzt funktioniert alles wieder, endlich. Nachdem mein Stream ja komplett abgekackt ist. Deswegen bin ich relativ froh, dass ich jetzt endlich wieder live sein kann. Habe ich auch vermisst, muss ich sagen. Aber es hat mich extremst gestört. Oh, lol. In einem von den Iron-Bahn-Jackhammer. Ja, perfekt. Awesome. Das hat sich tatsächlich gar nichts. Kann einfach nicht wie ein normaler Mensch schlafen anscheinend. Ja, da kenne ich noch einen. Ich habe was für dich. Da kenne ich noch einen. Du hast was für mich? Oh, awesome. Aber nur weil Mino und ich kleine Bunnies sind. Alter, what the fuck? Wie schaut ihr aus? Ja, ihr habt sogar einen Bommel hinten. Warte, ich setze noch einen drauf. Mino, mach mal bitte feuern. Sorry. Alter, aber. Ey. Das ist der Osterhase von Pliaten, oder was? Schön mit der AK hinten drauf, oder was das ist? Nee, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der Jackhammer. Ihr dürft mich übrigens nicht noch einmal schlagen. Ich habe noch drei Leben. Sorry, ja, ich wollte dich gar nicht schlagen eigentlich. Äh, ja, hier war gerade so ein Easter-Hand. Du halt, du halt mit einer Pumpe und dem Bart und dann noch dieses Kostüm. Es ist halt so, so real. Ja, er hat halt direkt eine Shotgun, ne? Also Mino, da sage ich nichts zu, aber du kannst dir da ein Teil denken. What the actual? Ja, ich würde einfach mal das Pferd schlachten. Ja, lass mal das Pferd schlachten, bitte. Dann machen wir es wie in der Pferdeklinik, oder? Ja, mach mal. In den Kopf rennen. Nochmal. Starkes Pferd. Jetzt nicht mehr. Ei. Ich habe CC genannt. So, ich baue mal schnell ein Lagerfeuer. Kann einer schon mal, kann einer schon mal schnell looten. Ja klar. Wollt ihr fleißige Handbäcker sehen. Das arme Pferd, ja, in der Überlebende Stärkeren. Es ist so. Das war krank. Das war krank, das Pferd, das musste, hatte Corona. Genau, deswegen essen wir es jetzt auch. Deswegen essen wir es jetzt. Ja, ja, Corona stirbt, wenn der Wirt stirbt. Ach so, beziehungsweise ist mit so viel Hitze dann gemacht, dass es dann einfach, die Viren sind dann weg. Ich habe die einzelnen, äh, Viren rausgeschossen. Setz noch. Pferd. 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 Au, ich brenne. Alter, ihr schaut halt so, ne? Wunderschön aus, danke. Ich bin doch auch einigermaßen ein Pferd, das ist gerade echt verstörend für mich. Nee, du bist ein Einhorn, das ist ganz was anderes. Nein, die Jungs, das ist aber vier. Einwanderer haben besseren Glut. Einwanderer haben besseren Glut. Einwanderer haben besseren Glut. Einwanderer haben besseren Glut. Äh, ja, kannst du, klar. Ich habe noch 18, bei mir ist alles Tutti. Ich habe drei Leben. Aber das mit dem Greenscreen sieht gut aus, Leute. So, jetzt dürft ihr euch nehmen. Sieht gut aus, gefällt mir. Wie nimmt man das? Rechtsklick oder halt rausziehen. Alter, langsam bräuchte ich auch was zu essen, ne? Bin ich ehrlich. Das eine ist gleich fertig. Ich glaube noch drei Ostereier, kann man die... Ich bin jetzt auch ein bisschen madig, dass das Pferd nicht so viel Fleisch gibt, ne? Ja, aber nur weil wir noch kein... Ach ja, stimmt. Wir haben es jetzt mit einem Stein, besonders mit einer Spitzhacke gemacht, oder? Hm. Aber ich kann jetzt ein Knochenmesser machen. Das, äh, das schmeckt wie die Lasagne von Lidl. Ach so gut gleich. Ja, ja, wir haben Pferdefleisch halt. Ich baue mal drei Storage-Boxen, dass wir eben ein bisschen Shit hier abgleichen können gleich, ne? Äh, ja, warte mal. Ich mache hier mal Tools-Technisch. Was haben wir da schönes? Ich baue hier mal eine Steinachse. Boah, ich staunen. Das muss ich am Tag machen. Yo, Black, grüße. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Und gleich wird ein Einhorn gefressen, oder wie? Nee, Unicorn, ne? Es wird nur gelootet. Gefressen wird's nicht. Ja, wir sind ja keine Barbaren. Ich würd's essen. Wir können das Horn nutzen, als Zahnstocher vielleicht, oder so. Das wär auch ein Punkt. Jetzt vertreibt mir den Fluffy nicht. Wie geht's dir, Black Luxe? Und Relikt-Borkel, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie geht's? Ich möchte das jetzt nur mal hoch appreciaten, dass Mino dabei ist. Ja, ich auch. Und er ist ja ein wunderschönes Häschen. Was sag ich, bist du Lina? Ja, die kommt ein bisschen später. Die backt grad noch Osterbrot. Ah, okay, I see. Oh. Das ist sehr gut. Da kommen Ressourcen rein. Nice. Ja, ich, äh, werd jetzt dann mal anfangen. Nächsten Tag gleich ein bisschen, also erstmal Stein holen. Und dann, ähm, baue ich die Base, also den, den Grund. Aber nicht so, Mino, bitte richtet die Waffe nicht auf mich. Ich fühl das. Kennst du dich noch? Klar kenn ich dich noch, Black. Ich weiß nicht, ich war jetzt zwar länger Zeit nicht mehr online. Aber, äh, jetzt bin ich endlich wieder da. Wie gesagt, die Woche war eine reine Katastrophe. Technisch gesehen, mein PC hat, mein Streamlips hat sich komplett aufgehängt. War komplett alles weg, alle Szenen weg, alle, alle Overlays, komplette Overlay war weg. Alles war weg. Und, ähm, das einzige, was noch gepasst hat, oder was, was, nicht, was gepasst hat, sondern das einzige, was sich nicht resettet hat, waren die falschen Audio-Einstellungen. Es ist so, es war so, äh, einfach nur scheiße. Steff, hier ist schon ein Plan drin, den brauchst du nicht craften. Ja, hab ich schon gecraftet. Wer wird gleich Stein sammeln? Ja, ich würd gern Stein sammeln. Hier. Liegt auf dem Boden hinter dir. Unter dir. Danke. Danke, danke. Ähm, wir ziehen vielleicht bald endlich in dein Haus. Ich freu mich so. Nice, nice ist du nix. Hast du Holz? Steff, wenn du gleich loopt nixst? Ja. Ja. Also, wenn dieser... Rieder, wie hast denn du schon, äh, hast du mit dem Schottgang gefarmt, oder was? Ja. Ich hab, hätte... Menschen bedroht. Ja, Menschen bedroht. Servus, Smokey, schön, dass du da bist. Lange ist es her, ja, es stimmt, Relic-Borket, es stimmt. Aber ich bin froh, dass du wieder da bist. Freut mich voll. Mittlerweile hat sich auch ein bisschen was geändert, ne? Greenscreen, okay, den hab ich auch erst seit heute. Also, seit gestern? Ne, seit vorgestern. Ich muss sagen, der kommt übrigens richtig gut rüber. Aber es ist der erste Streaming Greenscreen. Dankeschön, das freut mich sehr. Ich bin auch froh, dass es soweit funktioniert. Dass kein Gekrissel ist, so großartig. Ich glaub, das ist nur bei Überbelichtung, krisselt das, ne? Äh, ja, aber Unterbelichtung auch, wenn der Hintergrund nicht, äh, äh, gut, äh, ausgelichtet ist. Oder ausgeleuchtet ist. Ne, nur kann das sein, dass du schon irgendwie alles hast, hm? Du bekommst eine Tasche nur für dich. Boah, das hört sich geil an. Das hört sich richtig gut an. Ja, wir warten jetzt nur noch über den Tag, dass wir dann endlich mal loslegen können. Weil so kann ich ja nichts, ne, machen. Aber mach nicht zu groß, ne? Wir können besser anbauen. Mal so, mal so, wie viel? Ne, wir können ja noch nach oben bauen dann. Das wäre ja nicht das Thema. Aber jetzt nicht nur vier Felder, also... Acht mal acht. Das ist schon wieder zu groß. Das ist schon sehr groß. Sechs mal sechs. Ja, 36, fünf mal fünf. Mach mal, mach mal erstmal so vier Felder lang und vier Felder breit. Ja. Und dann gucken wir mal. Und bevor du an Wände ziehst, gucken wir erstmal. Weil dann können wir einen Turm nach oben bauen. In die Richtung nach oben. Ja. Ich fühl mich echt nicht wohl bei euch, ne? Bin ich ehrlich, so wie ihr ausschaut. Weil wir wunderschöne Bunnies sind, hey? Das Ding kennst du doch noch. Auch geil, ja. Ich geh nämlich gleich in eine Mine. Wir haben nämlich eine Mine genau um die Ecke bei der Woll. Eine Mine. Das ist geil. Mino, du kannst natürlich mitkommen. Ich möchte nicht mit diesem Bunny in eine Mine. Ich brauch Stein. Was? Ich hab meine Waffe auch mit. Hat jemand gerade zufällig 100 Stein mit? Ich hab alles, was ich habe, hier reingetan. Muss ich mal gucken. Warte, hier. Ich hab hier. 100. Mann. Ja, ich hab ja noch mehr. Danke. Alter, jetzt hab ich ja auch noch Eier drin. Ich kann die werfen. Mino, geh mal einen Schritt nach rechts. Dann crafte ich nämlich das mal. Das ist links. Mein rechts. Also dein links. Okay, komm mal her. Stone Pickaxe könnte ich auch machen. Crafte ich auch mal. Okay, ich blute. Ich hab dir auch ein Ei an den Kopf gekauft. Warum blutet man dann? Ja, ich überfand diese Erklärung gerade gut. In zwei Wochen. Ja, hallo, du hast ein Ei an den Kopf bekommen. Lololol. Die Schale kann aufschnibbeln. Was, in zwei Wochen mache ich mir einen Bausparvertrag und rede mit einem Vermieter für einen Wohnungskauf. Das ist ja ne. Was ist ne Maisonette Wohnung? Mayonett Wohnung. Mayonais? Mayonais? Mayonais Wohnung, das ist. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Aber soweit ich weiß, ist das eine zweistückige Wohnung, oder? Erklär mal, Fluffy. Bin motivationslos, jetzt nochmal alles neu zu farmen. Smokey, ich weiß. Ich hab euch ja auch angeboten, dass ihr die ganzen Startsachen noch bekommt. Und vielleicht ein paar. Dass wir euch ein paar Ding schenken. Ein paar Werkzeuge, dass es auch schneller geht. Wieder. Ihr kriegt von jeder Ressource einfach Wasser. Sind Blueprints noch da? Weißt du, die Blaupause, also das, was du gelernt hast, das ist noch alles da, ja. Hier, siehst du bei mir, warte. Ich geh mal zur Mine. Electrical, da ist noch alles da. Das ist noch alles da. Ja, sorry, Leute. Das ist ein bisschen alles aus dem Ruder gelaufen, ne? Bin ich ehrlich. Aber. Wir haben dazu gelernt. Dom und ich kümmern uns da drum, dass es nicht nochmal passiert. Ja, wenn ihr dann online seid, könnt ihr mich oder Steff anschreiben. Wir geben euch dann shit. Genau. Aber nicht ausnutzen und erst den einen, dann den anderen. Weil ich glaub nicht, dass wir uns da absprechen werden. Nee, jetzt schon. Nee, jetzt schon. Wo ich's sage, ne? Wenn Mami nein sagt, geh ich zu Papi. Wenn Papi nein sagt, geh ich zu Omi und Opi. Ähm. Oh, wichtig. Wichtig und richtig. Was hast du denn da drin gefunden? Oh. Aber ist wichtig, weil das macht Licht. Das ist wichtig. Ja, ja. Du siehst richtig cool aus jetzt. Danke. Das Bunny-Kostüm macht sie, ne? Ja, ja, das lässt sich total raus. Gut, wir gehen da jetzt rein. Wieso kann ich auch da? That's why. Mino. Ja. Komm hierher. Jetzt bin ich schon hier unten. Aber ich hab was für dich. Jetzt kriegst du diesen Kopf. Nee, komm, wir machen das so. Wie mach ich den denn an? Also F aufsetzen und dann kannst du F drücken und dann geht der an. Der braucht aber Ressourcen. So. Ja, danke. Passt. So, jetzt haben wir 4x4, das passt soweit. Müssen wir halt nach oben bauen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, würde ich auch sagen. Du hast im Wohnzimmer eine große Fensterfront und der halbe Raum hat noch eine zweite Etage, die drumherum offen ist. Oh, das hört sich aber fancy an. Nice, Fluffy. So, Mino, ich zeig das jetzt hier einmal, wie das geht. Ich zieh zu dir, Fluffy. Nein! Oh, Gott sei Dank. Deine Mom zieht unten ein und oben. Ich weiß genau, wie ich es hinstellen würde. Ich hoffe, es so funktioniert. Ich hätte da wieder einziehen können. Wat? Okay, sorry, mein Fehler. Ich fühl dich beleidigen oder so. Ich dachte, wir hauen das einfach gemeinsam pro Kutter, aber du wusste nicht. Spielst du zu neuen Seasonen wie der Rocket League, äh, press X zu daubt. Du hast im Wohnzimmer eine große Fensterfront und der halbe Raum hat noch eine zweite Etage, die drumherum offen ist. Ah ja, genau. Also, das hört sich geil an. Meine Mutter zieht unten ein und oben, ich weiß, ich weiß genau, wie ich es hinstellen würde. Ich hoffe, dass es funktionieren, wie wir da einziehen können. Ah, ah. Welches Game ist das? Das ist Rust, Relic Borke. Das ist Rust. Und bevor ich jetzt wieder die ganze Zeit nur rumlabere, brauche ich einfach mal weiter, ne? Es ist ein Plan, oder? Freunde, es ist ein Plan. Doch, das brauchen wir für Munition. Ne, wir machen das so, so. Aber noch nicht in der machst du jetzt am Anfang, wir haben ja die Mine genau nebenan. Gut, äh, jetzt bauen wir noch, was bauen wir denn noch? Wir brauchen Wände, Leute, wir brauchen Wände. Hier, Mino, wo bist du? Wir machen eine einfache Tür, okay? Lass mich raten, der ist noch nicht rüber geschafft. Ja, mach mal erstmal eine einfache Tür. Warum? Ich krieg den letzten Sprung nicht hin. Das leckt dann immer. Echt jetzt? Nein. Ich bin von der Schlechte. Oh, lol. Hallo, Leck, hallo? Hör auf, doch. Achso, warte, wir müssen ja das Ding noch bauen, ne? Den Schrank müssen wir noch bauen. So. So weit, so gut. Gutschi, würde ich sagen. Ich würde in der Mitte wieder eine Wendeltreppe bauen, weil die ist total schön. Ne, nicht. Seid mir jetzt so, ne? Oh, oh. Und jetzt? So, jetzt ist es frei. Sprintjump, Sprintjump. Direkt sprinten und jumpen. Oh, das reicht, okay. Warte, ich hab mir was für dich. Ich hab mir das nicht. Hier. Ich glaub, die ist besser. So, ich hoffe, das hält. Oh, ja, es hält. Ich hab mir ein, ich hab mir ein, ich hab mir ein, ich hab mir ein Drop verdient, dann Steff. Oh, das hält tatsächlich. Awesome. Das ist der Drop verdient? Ja. Kommst jetzt wieder drauf? Stand da gerade im Chat. Du hast dir einen Drop verdient, Rust. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Ja, es gab jetzt erst letztens ein Update. Oh, Manu. Also. Manu, sex nie. Ich sag nur Manu, wenn's okay ist. Vielen lieben Dank für den Follow, frage ich dir, dass du da bist. Und herzlich willkommen in der Crew. Danke für den Support. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Abschöde. Ja, aber sie bringt halt viele Ärzte, ne? Das ist das Gute. So. Also hier sind wirklich viele Ärzte. Machen wir da mal ein bisschen Holz rein, würde ich sagen. Hölzeli. Hölzeli. So. Dann bauen wir hier noch ein Treppeli. Zack. Schönes Treppchen, ne? Sehe ich mich. Ich schätze, ihr wollt nicht... Doch, das könnte man eigentlich machen, oder? Die schaut doch nice aus. Oder? Dom, siehst du das im Stream? Ist die fein für dich? Ey, ja, die... Ja, okay, passt. Mino macht anscheinend wieder ein bisschen Spaß. Was macht ihr? What the fuck? 100 Mark Quadratmeter, zwei Zimmer, eine Garage, Garten mit Gartenhütte, zwei Badezimmer für 124.000 Euro. Okay, das ist voll klar. Moderne Einbauküche ist auch mit dabei. Nice, Fluffy. Weißt du, der Moment, wenn man sich umdreht und auf einmal fällt Mino in die Schlucht und ist weg. Warum bin ich jetzt nicht... Oh, das hört sich sehr nice an. Du darfst nicht respawn drücken. Du hast rechts respawn und links... Ah, ich habe das vergessen. Ach, Gott. Kühl dich einfach nochmal. Ja. Kühl dich einfach.